Jain doberic meine Freunde was geht ab willkommen zu einem erneuten video hier auf meinem channel heute geht es um die stoner für mich das beste mg vielleicht auch für leute die nicht mit dem ps umgehen können nicht so wendig sind und so movement vielleicht deren meta muss ich sagen weil die waffe lasert wirklich alles ein nach dem anderen babam babam dauer muni rein da kein recall nix supergeile waffe wenn ihr die waffe spielen wollt bleibt bis zum ende dran gibt so ein klassen setup zu viel spaß mit den highlights und wir gehen weiter rein ohne pause hier viel spaß neid wieder weg die schüsse habe ich gesehen oder reicht doch ich meine spieke dieses spiel die nehm ich noch mit ja wie glücklich ich war so glücklich gerade hallo da ja oben auf der leiter ja das vorne ja das vorne drauf nico denn hier unten ja einer kommt zu dir rein rechts die heilen hier vorne hier hier nein nice ja wo dann die schiefst du Schau mal Leute, das ist ein Beispiel wie die Stoner lasern könnte. Stop, wir gehen zu Nico. Ja. Ich kann mit meinem Loot droppen. Nein, ich hab ihn gechockt. Ich hab ihn, aber ich hab ihn nicht mehr. Ich hab ihn so. Ich hab ihn so. Der Akku ist, let's go. Ich hab genug Geld. Ich glaub, ich hab das ganze Team so abgemacht. Bruder, was? Ein Laser. Was? Bruder, auf Long Range ist 200 Meter. Könnt ihr mir erzählen, was du willst? Das ist nicht normal, Digga. Ja, er ist da oben bei dir Nico. Der ist direkt da. Der ist direkt da. Oh, ich hab ihn einfach gesniped. Nein, Bruder, bitte. Junge Bruder, warum klettert der Hund? Ich wollte doch nur aufstehen. Er klettert. Snipe. Was ist er denn? Ah, er fliegt noch, Nico. Ein Loot oder ein Loot? Einer auf dem Dach gelandet. Knock. Ja, let's go. Jojo. Er ist reingelaufen. Er ist One-Shot. Er ist komplett One-Shot unten. Er ist komplett One-Shot unten. Er kämpft da. Er liegt da. Er liegt da, Tronix, direkt rechts. Er liegt am Boden, Tronix. Er liegt am Boden, Tronix. Er liegt an, Tronix. Taki, Vatergübelchen. Hab ich. Richtig. Richtig, richtig. Naja, kommt hin. Ich fass das nicht. Kann mir das immer erklären, wie du echt gestorben bist? Ich hab alle meine Bullets gefürfen, ich hab das ganze Magazin ausgeschossen, er ist nicht gestorben. Ich hör nichts Schatz, ich bin wenigstens tryhard geworden. Er gönnt sich self, er gönnt sich self. Bei dir haben alle self. Nico, bei dir landet einer hinter dir. Ich geh wieder raus, ich geh wieder, komm. Er spinnt, Nico, Nico, oh, oh. Wokkenplay, Junge, wokkenplay! Wuhu! Alles gefickt, Digga, oh mein Gott. Einer oben auf dem Dach, Tronix hinter uns. Schade, sehr schade. Junge, man, geht Ara hier. Ah, was? Er ist nach rechts gelaufen. Tut weh, Digga, tut weh. Der ist richtig sauer. Der ist richtig sauer, Digga, sei nicht so gewiss. Unten unten unten. Los und lang! 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4. Einer oben. Der ist weg. Am letzten am Arsch. Aber jetzt. Auch hier. Ich hab alle drei mit Pumpe weggeschrotzt, Junge. Komm mal zu mir, die sind full loadig, äh Waffen und so. Warum annimm ich denn nicht meine Pumpe, ich bin so ein Trottel, Alter. Du Hund, ihr wollt mich mit dem Flugzeug holen, einfach FPG gedribbelt. Selber schuld, er wollte ich sein, ich war ekliger. Ich hab ihn gebumst, Digga, ich schwöre. So Freunde der Sonne, kommen wir jetzt zum Klassen-Setup. Wie zocke ich die Stoner? Ähm, hier abgesehen unten, Wurfmesser, Hatchlagsensor, Overkill, eigentlich meistens jetzt Geist drin. Deswegen hier die Pistole, einfach bitte nicht beachten. Wie zocke ich die Stoner? Die Stoner zocke ich mit dem Agency-Mündungsfeuer-Dämpfer. Das ist die letzte Mündung. Lauf zocke ich den letzten Lauf, den Sonderkommando-Lauf. Visier zocke ich axial-Arms-3er-Visier. Schaft zocke ich den Plünderer-Polster. Schaft und Griff zocke ich den Schlangengriff. Ja, ich hoffe das Video hat euch gefallen. So zocke ich dieses Stoner. Absolutes geiles Ding. Hat mir super gefallen, tatsächlich zu zocken hätte ich nicht gedacht. Und ja, ich hoffe ihr schaltet beim nächsten Mal rein, wenn es eine neue Waffe gibt, die ich euch vorstelle. Also abonnieren, liken, Glocke aktivieren, kommentieren, Kuss. Ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.